Am 21. März feiern Kurdinnen und Kurden überall auf der Welt ihr Neujahrs- und Frühlingsfest Nefros. Nefros, das heißt, wird wirklich neuer Tag, also der Tag, an dem der Frühling und damit das neue Jahr beginnt. Liebe Kurdinnen und Kurden, wo immer ihr auch in Kurdistan lebt, ihr sollt frei sein und eure Sprache sprechen dürfen, so wie andere ihre Sprache sprechen können. Liebe Kurdinnen und Kurden, weltweit, egal ob ihr in Deutschland, in Europa oder woanders lebt, ihr sollt euer Frühlingsfest frei feiern können. Besonders möchte ich heute die kurdischen Frauen in Syrien grüßen. Ihr Kampf für Gleichberechtigung ist beispielhaft. Wenn der Terror des islamistischen Staates gerade eine große Niederlage erfährt, so ist das auch ein Sieg der kurdischen Frauen über die islamistische Tyrannei. Und es ist ein Sieg für alle Frauen, ja für alle Menschen auf der Welt. Ich grüße auch die Kurdinnen und Kurden in der Türkei und wünsche unseren Freundinnen und Freunden von der HDP alles Gute für die anstehenden Kommunalwahlen am 31. März. Mögen sie für sie erfolgreich ausgehen, trotz all der Verfolgung und Unterdrückung durch das Regime Erdogan. Diese Wahlen werden hoffentlich das Licht der Demokratie in der Türkei wieder anzünden. Und ich fordere die Bundesregierung auf. Beenden Sie endlich Ihre Zusammenarbeit mit dem Regime Erdogan. Es darf keine Waffen und keine Wirtschaftshilfe für diesen Despoten mehr geben. Nefros steht für Demokratie, steht für Freiheit. Oder wie es auf Kurdisch heißt, Nefros Biroş Bey. Ich wünsche ein frohes Nefros Fest. Nefros Biroş